Hello, hello, hello. Ja, heute mal ein bisschen anders. Hä? Wie man sieht, wo ist die Brustplatte? Wir sind mal wieder in dieser Welt hier. Also hier waren wir ja wirklich schon ewig nicht mehr. Ich weiß auch absolut nicht, wo wir sind. Aber irgendwo bei 18.000. Also wir haben ja hier, also das ist ja hier, ne? Alle, die es noch nicht kennen. Isle of Berge, da können wir ja hier so schön mit den Drachen rumfliegen und so. Mittlerweile gibt es davon, ich glaube, auch schon eine neuere Version. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum kommt heute so ein Video und nicht die normalen... Ups. Ähm, 18.000 und 2.000 oder so war's. Ähm, ja, wieso kommen diese Videos und nicht die normalen, wie sonst immer? Also das kann's nicht sein, ne? Ich komm hier online und klatsch mir erst mal voll auf den Boden. Schauen wir mal, ob ich das wiederkriege alles. Wäre auf jeden Fall gut. Und dann könnten wir zurückfliegen. Ne, ähm, also zur Basis, wo die ganzen Drachen chillen. Ja, ich wollte mich gerade in Dragons einloggen. Wollte starten, aber es ist abgeschmiert. Also fragt mich nicht, woran es liegt. Ich hab's auch mehrmals gestartet. Also ich hab nicht nur einmal, sondern ich hab dann nochmal und nochmal und nochmal. Dann hab ich meinen Computer neu gestartet. Dann hab ich, ähm... Also bevor ich den Computer neu gestartet habe, ich hab erst... Bevor ich den Computer neu gestartet habe, habe ich mich erst mal nur dran getestet, nur, ähm, Plus-Decks neu zu starten. Ehrlich, ich hab keine Ahnung, wo das jetzt war, ne? Ich muss mal kurz in die Aufnahme reingucken, sonst finde ich das nicht wieder. Ja, so, 18722.550. Wunderbar. Ähm, also müssen wir erst mal in diese Richtung und dann in diese Richtung so ein Stückchen. Gut. Ne, und zwar... Ja, war blöd. Ich hab's probiert neu zu starten. Ging nicht. Also ist ein bisschen Mist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Ich hab's nicht rausgefunden. Es geht einfach nicht. Ich konnt's nicht starten. Beziehungsweise ich konnt's starten und dann sozusagen, wenn man bei den Drachen ist, dort ging's dann wieder nicht mehr. Das war halt komisch und das war auch dann der Grund. Ich hab's wirklich jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde probiert. Es ist nicht machbar gewesen jetzt. Und ich denke mal, das wird irgendein Rechenfehler sein. Ich hab sogar nochmal ein neues Update runtergeladen. Aber es hat... Es funktioniert einfach nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob das bei euch auch nicht funktioniert oder ob das grad nur mein Problem ist. Ist ja auf jeden Fall nicht toll, dass das nicht funktioniert hat, weil ich sehr gerne halt ja logischerweise wieder Dragons aufgenommen hab. Aber da hab ich dann drüber nachgedacht, okay, was wäre denn das nächstbeste, was so nah wie möglich an das Dragons rankommt. Und dann bin ich hier gelandet. Da musste ich erst mal gucken, wo ich's hatte, weil irgendwo auf meinem Computer verschwunden. Ich hab jetzt so lange nicht mehr hier gezockt. Deswegen... Aber wir sind jetzt auf jeden Fall hier und fliegen aber jetzt auch gleich erst mal wieder zurück zu unserer Base. Und ich frag mich immer noch, was mit unserer Brustplatte passiert ist. Vielleicht hast du die im Inventar, Kollege. Wo bist du hier? Warte. Jump'n'Runskiss. Booyah. Haha. E? Nee. Du hast aber das im Inventar. Okay. Ja, ähm... Ich weiß nicht genau die Koordinaten. Wir sind aber auf jeden Fall... Erstmal müssen wir eine Weile in die Richtung. Weil das irgendwo bei 2000 oder so war. Und... Ja, da wurde das gemacht. Oder beziehungsweise da haben wir unsere Base irgendwo aufgebaut. Wenn ich die jetzt nicht finde, müsste ich halt auch nochmal irgendwie in einem alten Video gucken. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wer das Projekt hier noch kennt. Das wollte ich persönlich eigentlich auch weiter oder länger durchziehen. Das Problem ist, dann war wieder... Ja, irgendwas los. Uni und Pla und Sülz. Und wenig Zeit. Und ich muss mal gucken, ob man das mal wieder häufiger machen kann. Ich will eigentlich auch mal wieder streamen. Muss ich auch mal gucken. Wäre bestimmt auch machbar. Ja, mal gucken. Wie schon gesagt, ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob ihr... Also das würde mich eher noch interessieren. Habt ihr auch dieses Problem mit Aufstieg von Berg jetzt gehabt? Dass es sich öffnen ließ, aber sobald dann sozusagen man bei Berg angekommen ist, dass es dann wieder nicht funktioniert hat, weil das war jetzt mein Problem. Und das ist halt ganz weird. Da kann man halt ganz schlecht spielen, wenn man nicht mal ins Spiel reinkommt. Ich konnte halt wirklich bis jetzt nichts machen. Ich habe keine Lösung gefunden. Vielleicht habt ihr eine Lösung oder so. Wer weiß. Das wäre interessant. Was hier auf jeden Fall mal interessant wäre bei Isle of Berg, es gibt nämlich neue Updates. Es ist mehr dazu gekommen. Das heißt, ich könnte theoretisch mal schauen, wenn wir uns das neue Update mal reinziehen wollten, ja, einfach mal nachgucken, wo oder beziehungsweise was neu dazu gekommen ist und so weiter und so fort. Also ich bin ja noch auf den hieren Discord-Server und das habe ich halt hin und wieder mal was gesehen, auf jeden Fall, was halt relativ cool oder nice war. Hier waren wir sogar schon mal... Ne, waren wir nicht. Doch, vielleicht. Warte, warte, warte. Sieht nicht so aus, aber Bane of Arthropods braucht man ja auch nicht. Ja. Wir fliegen jetzt noch ein Stück zurück. Ein paar tausend Blöcker sind es, ja. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie das jetzt die nächsten Tage weitergehen würde oder ob ihr einen anderen Spielvorschlag oder so habt. In der Theorie habe ich ja auch noch meine Switch. Dort habe ich ja auch noch so Dragons-Spiele drauf. Gerade Dragons Neuen Welten und was habe ich denn da noch so? Dieses andere, dieses Rätselspiel mit Aufbruch Neuer Reiter oder wie das hieß. Ja, müsste man halt mal gucken. Falls jetzt Aufstieg vom Berg wirklich länger nicht geht oder ihr habt direkt noch einen anderen Wunsch. Das wäre auch interessant. Könnt ihr auch einschreiben. Finde ich aber jetzt gerade ein bisschen Mist halt, dass das nicht so richtig lief oder läuft oder funktioniert. Aber dafür können wir auch mal wieder mit dem Kollegen hier rumflattern, weil das hier ist halt auch ein richtig cooler Minecraft-Mod. Kann man hier schön rumflattern mit den Drachen. Man kann die ja 10. Wenn wir dann bei der Base ankommen, werdet ihr auch sehen, haben wir noch mehr. Ihr seht ja auch hier hin und wieder mal auf dem Boden irgendwo einen Kronkel rumschwören. Dann gibt es auch noch wahnsinnige Zipper und so weiter und so fort. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht. Hier haben wir zum Beispiel ein Schiff. Mit einem riesenhaften Albtraum, der auch relativ cool aussieht auf jeden Fall. Dann gibt es auch noch schnelle Stacheln. Von schnellen Stacheln haben wir die Eier bei uns. Aber das Ding ist, man braucht ja für die Drachen auch immer was Besonderes. Ein besonderes Futter oder Sonstiges, womit man die füttern muss, damit die halt auf einem hören dann. Und da müssen wir halt mal gucken, ja, was man da so braucht. Hier haben wir zum Beispiel einen Skrill. Auch sehr, ja, crazy dabei. Aber Skrills haben wir auch schon mehrere. Wir haben ja wirklich schon ein ganz paar Drachen bei uns in der Base, die halt irgendwo bei 2000 und 2000 oder 2000 minus 2000 oder so ist. Also ich muss auf jeden Fall noch ein Stückchen. Ganz so schnell geht es nicht. Das Problem ist, dass die Welt relativ langsam lädt hier. Das ist halt ein bisschen Mist, dass die so langsam lädt. Das ist wirklich schade. Aber naja, gut. Und man kriegt hier mal Schuppen. Genau, man kriegt helle und dunkle. Logischerweise, wir sind ja jetzt auf einem Nachtlicht, deswegen helle und dunkel. Beim Nachtschatten gibt es nur dunkel und beim Tagschatten gibt es nur helle. Ich weiß nicht, ob das beim Tagschatten mittlerweile funktioniert. Hat damals nicht so funktioniert. Da gab es dann trotzdem dunkle. Aber ja, und so läuft das hier. Und ihr seht schon, oh, das lädt gar nicht gut. Aber guckt euch mal das hier an. Genau, Reinforced Hooligan Pickaxe. Das sind richtig starke nochmal. Wie ihr seht, ist ein bisschen wie Netherite. Aber ich weiß gar nicht, welche Mikrofession ist das? 1.18? Gab es in der 1.18 schon Netherite? Habe ich gar keinen Plan. Ja. Vielleicht sehen wir hier in dem Biom, hier könnte es einen schnellen Stachelnest geben. Da weiß ich halt nicht, ob hier direkt eins ist. Werden wir mal sehen. Gucken wir schon wieder an Skrill. Wie schon gesagt, schnelle Stachel. Das sind dann richtige Nester, so große Dinger. Die haben auch richtig Bosse drin. Also wir würden da eine Bossbar kriegen, wenn wir uns da nähern. Hier haben wir ein paar tödlichen Nether. Müssten wir mal schauen, ob da hier irgendwie dann was auftaucht oder nicht. Wobei hier in dem Biom, ich glaube eher schon wieder nicht. Wobei in dem Fichtenwald gab es die Dinger, ich glaube auch. Wir hatten auch schon mal so ein Ding gefunden. Aber ist halt eine Weile her. So, was ist denn, wenn ich diese Taste drücke? Ist das Absteigen? Ja, okay. Sollte ich nicht tun während des Fluges. Genau, weil das war Alt-Taste zum Runterfliegen. So. Gut. Wie schon gesagt, ich habe es ja auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich muss mich an die Steuerung... Gut, so viel gibt es beim Fliegen jetzt nicht, wo man sich an die Steuerung gewöhnen muss. Aber so allgemein halt. Was macht denn ihr hier für eine Party? Ich meine, so... Aber ich übel was los. Ey, was haben wir denn eingestellt für ein Hardcore? Also für einen Game-Mode. Muss ja Hardcore oder so sein. Ja, flattern wir mal hier so ein Stückchen weiter. Viel ist es ja nicht mehr, oder? Ja, wir haben schon weit über die Hälfte geschafft. Wir sehen uns noch knapp 5000 Glöcke von dem, wo es interessanter wird, entfernt. Bin ich gerade mal kurz gelandet. So. Schneller fliegen kannst du natürlich auch noch. Wunderbar. Erstmal ein Haus auf dem Meer oder auf dem Wasser. Ach man, das ist mit Dragons doch schon wieder... Dreifachstachel. Hammer auch schon. Das ist mit Dragons eigentlich schon wieder ein bisschen Mist, dass das halt leider heute nicht funktioniert hat. Weil das natürlich eigentlich the way to go ist. Dragons-Videos. Weil ich will ja auch weitermachen. Aber geht schlecht. Wenn es nicht geht. Logisch, diese Aussage. Ähm, ja. Wir fliegen mal noch die letzten paar tausend Blöcke. Ja, wie viele sind es jetzt noch? 5000, 4000, 3000, irgendwie sowas. Weit wird es nicht mehr sein. Weil wir können uns ja mit dem Kollegen auch ziemlich schnell voran bewegen. Auf jeden Fall. Was halt auch sehr gut ist. Da kann man denke ich mal nichts gegen sagen. Und... Und... Lull. Äh, okay. Muss ja hier gewesen sein. Windswept Savannah. Old Grove Birch Forest. Aber der war schon lange. Das heißt, der war es nicht. Nö, dann muss das ja hier gewesen sein. Der Kollege hier. Windswept Savannah. Ja, okay. Gut, sage ich nichts gegen, ne. Also kann man auch mal machen. Einfach so, nach so Ewigkeiten. Erstes Video. Und zack. Gleich erst mal ein relativ schweres Achievement reingeholt. Ich meine, gut, mit Drachen ist das leichter. Weil du kannst ja voll reinfliegen. Wir fliegen jetzt erstmal in die tiefe Nacht hinein. Sehen tun wir jetzt gar nichts. Aber gut, das ist halt manchmal so. Jetzt laden die Chunks mal wieder ein bisschen. Aber ja, es ist halt... Ein bisschen schade einfach, dass es jetzt nicht so richtig gefunzt hat, wie es sollte. Was ist denn hier? Wieso brennt es da? So, das ist doch schon eher. Das sind so die Regionen, wo ich sagen würde, das habe ich auch schon eher mal gesehen. Jetzt haben wir, ja, noch knapp 2000 Blöcke zum Absuchen. Weil ich halt jetzt nicht weiß, wo genau es ist. Wir sind hier oft lang geflogen. Aber ich kenne es ja trotzdem deswegen nicht komplett auswendig. Deswegen, wir können hier jetzt erstmal noch lang fliegen. Da können wir auf minus 2000. Dann fliegen wir so rüber, dass wir auf minus 2000, minus 2000. Und dann wird es wahrscheinlich der letzte Spot sein, an dem wir hinfliegen. Hier haben wir ein Boot. Wobei, nee, wenn das Boot hier steht und diese Insel hier ist, das ist dort hinten. Dann müsste dort unsere Base sein, ich glaube. Müsste hier bald eine Insel kommen. Genau. Ey, Leute, ich kenne es noch. Booyah. Crazy. Ja, und hier haben wir unsere Base mit so ein paar Dracholis, die hier rumfladdern. Da haben wir Bienen, die muss man nehmen, um hier Nachtlichter zu züchten. Da haben wir Chickens gezüchtet. Ja. Hier sind ein paar Mobs, deswegen will ich gerade noch nicht landen. Aber ansonsten seht ihr, wir haben hier unsere drei Dreifachstache erstmal. Ähm, verfinsterer, keine Ahnung. Ich glaube, das ist der einzige allige Dreifachstachel, der Dreifachstachel heißt. Weiß ich, ne? Ähm, dann hier die drei, äh, die beiden Drachen. Die gab es so an sich im Video, äh, im Video, in den Folgen nicht. Hier haben wir Kronkel, die kennt man ja. Haben wir hier einen Skrill, noch einen Skrill. Haben wir hier riesenhaften Alltraum, noch einen riesenhaften Alltraum. Dann haben wir natürlich auch wahnsinnige Zippert-Dreistück. Hier haben wir noch restliche, weitere Skrills, die sind alle ein bisschen verteilt. Dann noch tödliche Nader. Und zum Schluss natürlich noch riesenhaften Alltraum. Äh, riesenhaften Alltraum. Hier, Tagschatten und Nachtschatten. Hatten wir nicht auch sogar noch ein zweiten, zweites Nachtlicht oder nicht? Sieht nicht so aus. Haben wir das umgenietet oder was? Also wir hatten nochmal Probleme, dass wir dann attackiert wurden. Aber, ja. Ne, genau. Wir können hier mit R, können wir auch so schießen. So Feuer. Wui. Wui. Wir können es natürlich auch explodieren lassen, so richtig. Das sieht dann ungefähr so aus. Ihr seht unten die Leiste, die sich aufhüllt und boing. Ist schon auf jeden Fall richtig geiles Game. Ja, und wie schon gesagt, hier ist unsere Base. Da haben wir hier angefangen, so das erste Gehege zu bauen. Und dann hat man eigentlich auch schon wieder aufgehört. Hä? Ja, aber ich würde auch sagen, das wäre es eigentlich an der Stelle mit dem Video gewesen. Ich wollte euch nur informieren, warum heute kein Aufstieg vom Berg-Video kommt. Weil, blöd. Aber lässt sich so jetzt leider nicht ändern. Wir müssen dann einfach mal gucken, ja, wie wir es machen. Ob wir es alles hinkriegen. Dass wir da auf jeden Fall wieder schön Dragons spielen können. Ich weiß, wie schon gesagt, nicht, woran das jetzt lag, dass es abgeschmiert ist. Ich habe es sogar auf dem Handy probiert. Sonst wäre jetzt nach drei Jahren mal wieder ein Video gewesen, was ich auf dem Handy aufgenommen hätte. Aber wer weiß, vielleicht spinnt doch irgendwas in dem Kalender. Das könnte auch sein, dass jetzt der Kalender nicht richtig geladen werden kann. Und sobald es probiert, den zu laden, schmiert es halt ab. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Wir werden es einfach sehen. Wir müssen es einfach uns jetzt gedulden. Und ja, bis dahin, bis Dragons wieder geht, können wir hier ein bisschen schauen, was man hier noch so machen kann. Ciao, ciao, Leute! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!